ja und mit dem geschrei der harpien beginnen wir diese folge und starten da wo wir das letzte mal aufgehört haben beim fürst ellendiel den wir seine eier natürlich suchen mussten natürlich verloren wahrscheinlich abgefallen oder so genau und ich würde sagen ich rede jetzt einfach mal mit dem alles klar machen wir das doch mal ihr seid zurück ihr seid deutlich zuverlässiger als diese verdammten dolche ich sehe ihren anführer gelwin nicht ist er nicht mit euch zurückgekehrt das bedeutet wohl mehr gold für den rest von euch und jetzt geht mir bitte die eier hier sind die aber gelben ist noch nicht wieder da ich glaube das hatten wir doch schon nun lasst mich mal einen blick auf diese schönheit so rund und glatt steht da drauf ich werde sofort damit anfangen moment mal was denn los nicht mehr nicht weniger schwachköpfe gelben hat das fünfte eil am wagen dass ihr diese lumpensammler findet und es zurück holt das wird konsequenzen haben meine schwester wissen dass ich gelwin die rechte hand abschlagen lasse weil er einen adligen gestohlen hat meine eier ich mag meine eier haben und idealisten abzugeben macht das heißt wir müssen jetzt mit der frau hier reden grannett feldrinn grannett feldrinn ok dann werden wir mal machen warum ist fürst deal so wütend ich wünschte ich wüsste es der rest der dolche hat es zurückgeschafft aber es gibt keine spur von meinem bruder ich hatte meine zweifel als wir uns mit first deal eingelassen haben ich wünschte nur dass ich gelwin davon erzählt hätte aber wer seid ihr überhaupt was schert euch das glaubt mir ich hätte keine ahnung worauf wir uns da eingelassen haben nun ihr habt meinem bruder und seinen dolchen bis hierhin geholfen ich hoffe nur dass wir weiterhin auf eure unterstützung zählen können also hört zu ich habe deals drohungen gehört seine behauptungen sind lächerlich aber er hat gold es ist ein leichtes wachen dazu zu bezahlen falsche anschuldigungen zu bezeugen tja was schwebt euch denn vor ich glaube ich weiß wo ihr meinen bruder finden könntet ganz gleich ob ihr gelwin mir oder diesem bastard deal da drüben helfen wollt wir müssen gelwin und dieses ei finden ich will nicht dass meinem bruder etwas zustößt wo kann ich gelwin finden es gibt ein haus auf der insel direkt westlich dieses lagers dort sind wir fürst deal zum ersten mal begegnet mir viel auf dass gelwin sehr interessiert an diesem ort war ich gebe euch einen vorsprung bevor ich viel davon erzähle nun geht und findet mein bruder ok lebt wohl alles klar dann werden wir uns mal da in die richtung aufmachen wo sind die fischerhütte da war die sonne wunderschön ja weil es ist ein untergang oder sein aufgang ich glaube es ist sieht aus wie so ein untergang ja so ein bisschen wo das schock des schnurrens wieso sehe ich denn jetzt meine dinge ist nicht meine ja die habe ich auch eben nicht gesehen hatte mal kann man sich einstellen aber einstellungen aber warum wenn du so lange nicht kämpfst ist doch egal ja aber ich will ja ich will es ja ich sehe es ja auch noch nicht mal wenn ich kämpfe also normalerweise wenn ich die waffe ziehe aber cool ich mache mal sprechblasen ein soziales erweiterung ich habe eine hohe auflösung ich habe eine höhere auflösung als hd eingestellt und wir nehmen hd auf also in full hd meinst du ja ja also ich nehme immer in 1089 mal 1020 ja genau 1020 mal 1080 richtig genau so wollte ich das sagen ich will aber den typen blündern kann ich nicht ne ne und das hier koralle das sieht schon gut aus hier das wasser sieht geil aus ja warum schwimmst du denn hast dich wieder nicht geduscht ne das frage ich mich auch grad das sieht so geil aus sieht das so geil aus ist ja fast so gut wie minecraft mit shadern ja aber echt geht und sprecht mit ihm ok will trinns fischerhütte ist er ja hallo er kann auch mal zum friseur gehen an der sache hier ist doch etwas faul ich denke nicht dass für stil uns gegenüber völlig aufrichtig war aber wie habt ihr mich gefunden granett schickt euch nicht wahr ihr habt das ei nicht zum lager zurückgebracht granett machte sich sorgen und deal ist sauer ich weiß ich weiß ich war auf meinem weg zurück als ich beschloss diesen ort näher in augenschein zu nehmen als wir das erste mal hier waren kamen deal und seine söhne aus diesem gebäude um uns zu begrüßen ich dachte wenn es hier einen ort gibt der ein paar antworten bereithält dann muss es der sein und was habt ihr entdeckt das ei noch nichts aber irgendetwas gefällt mir an der ganzen sache nicht ich bin sicher dass seine durchlaucht uns nicht die ganze wahrheit über die raserei der harpyien erzählt hat auf jeden fall verlasse ich dieses haus nicht bis ich etwas gefunden habe das etwas licht auf deals pläne wirft dann helfe ich euch suchen dann helfe ich euch helfen dann helfe ich euch suchen jetzt gehen wir hier an die verstehe ich die getruhe ja die gibt es nicht verrotteten Fischnerlecker wir nehmen den Teppich wir nehmen den Teppich da ist sicher was drunter ich nehme die Vase die Vasen sind immer welche guck mal unter dem Teppich ist es an Fischer, Halviere, Mentrien und Mitarbeiter gemäß unseren Vereinbarungen erhaltet ihr hiermit den unterzeichneten Vertrag der unser Geschäft gesiegelt außerdem solltet ihr die Flaschen mit Elixier erhalten haben die die gewünschte Wirkung hervorrufen seid vorsichtig ich müsste nicht mit verschiedenen ruchlosen Organisationen Deutschsturz arrangieren um an die benötigte Menge zu kommen was präpariert ein Tagesfang Fisch mit dem Inhalt einer vollen Flasche und legt die Fische dann aus damit die Harpyien sich an ihnen laben können es sollte nur ein paar Tage dauern bis wir die Wirkung beobachten können je mehr behandelten Fisch die Harpyien verzehren desto aggressiver werden sie und wenn die Harpyien gefährlicher werden muss sich jemand um diese fiesen Vögel kümmern sobald sie aus dem Weg geschafft sind können wir durchstolz die Küsse hinunter erweitern und unsere Investition um ein hundertfaches erhöhen absolute Geheimhaltung ist unser oberstes Gebot in der Zwischenzeit beauftragen wir eine weitere Gruppe die Harpyien und die Eier beschafft schadet nicht wenn wir ein wenig Gewinn mit dem Biester machen wenn wir schon einmal dabei sind muss ja niemand wissen wie das alles angefangen hat es sollte so aussehen als ob wir nur unsere Bürgerpflicht erfüllen und der großen Stadt Dolchsturz in ihrer Zeit der Not helfen Fürst Ellen Thiel von Dolchsturz habe ich doch gerade vorgelesen ich habe diesen Vertrag gefunden Fürst Diel weiß mehr über die Harpyien als er zugibt lasst mich mal einen Blick darauf werfen was im Namen des Punkt 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 Fürst Diel vergiftet schon die ganze Zeit die Harpyien er hat diese Raserei angezettelt und jetzt behauptet er er würde nur helfen wollen er hat uns nur benutzt Ach was dann bezahlt euch auch genug um die Dolche zusammenzuhalten An diesem Gold klebt Blut so etwas tun die Dolche nicht wir sind keine gewöhnlichen Diebe die Gesetze brechen nur um sich die Taschen zu füllen wir balancieren hier auf Messerschneide und es ist noch unklar wessen Blut es kosten wird Ich wollte nicht, dass die Dolche ihre Laufbahn so beginnen Aber was ist denn, wenn die Dolche nicht bezahlt werden, Mann? Hallo, denk doch an das Geld Wir müssen uns auflösen Wir würden getrennter Wege gehen und darauf hoffen, unsere Familien irgendwie anders ernähren zu können Na super Verdammt, das ist keine leichte Entscheidung Ich kann einfach nicht akzeptieren unsere Laufbahn damit zu beginnen einem Adligen dabei zu helfen etwas Unrechtes zu tun Also ich würde sagen, ungeachtet aller Konsequenzen werdet ihr das Richtige tun müssen und fürst die Verrat aufdecken Bin ich dafür Soll ich das andere machen, damit die Leute sich das angucken können? Oder soll ich das Gleiche machen? Ne, wir müssen nicht schon das Gleiche machen Sonst haben wir ja keinen Weil wir sonst keine Missionsgleichheit haben Weißt du, sonst kannst du nachher was machen, was ich nicht machen kann oder andersherum Ja, aber dann würden sich die Leute das vielleicht angucken Weißt du Kriege ich halt vielleicht mehr oder weniger Videos Je nachdem Ne, es geht mir ja nicht darum Sondern es geht darum, dass dann du vielleicht was anderes machen musst und ich dann nicht dabei bin oder so, weißt du Ja gut, dann machen wir erstmal so Wait, was machst du? Die absolute Konsequenzen Okay Deal muss aufgehalten werden Deal muss aufgehalten werden Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist Und wenn alle Stricke reißen Vielleicht sind einfach deine Eier und du das Wobei soll ich helfen? Ihr habt schon genug getan Beschäftigt irgendwie fürs Deal Es ist nicht an euch, diese Sache zu Ende zu bringen Das ist Arbeit für die Deutsche Selbst wenn es sich als unser letzter Auftrag herausstellt Ist das nicht der erste Auftrag? Aber ich Der erste wird der letzte sein Der erste wird sich als den letzten Auftrag herausstellen Obwohl es unser erster ist Ist das halt so Oh, du blöder Sack Komm mal her Es war so einfach Gelvins Aufenthaltsort von seiner Schwester zu erfahren Also wo ist dieser verdammte Dieb? Und wo bei den acht Hast du schon mal in der Hose nachgeguckt, du alter blinder Sack? Ihr bekommt das HPN-Ei nicht Was habt ihr gesagt? Wie könnt ihr es wagen? Das ist mein Eigentum Guck mal, wer da hinten schleift Ihr könnt doch damit durchzukommen, oder? Ich wusste, dass ich einem solchen Haufen von zwielichtigem Abschaum nie hätte vertrauen dürfen Noch vor dem Abend werdet ihr in den Händen der Wache von Dolchsturz sein Oder sie könnte erfahren, wie die Harpien-Bedrohung wirklich begann Ihr meint, dass die Wache euch glauben würde? Irgendwelchen Gossenratten Die Anklage gegen einen weithin respektierten Adligen erheben? Ihr seid noch dümmer, als ihr ausseht Die Wachen werden munter vor sich hinkichern Während sie euch in den Kerker schleifen Oder vielleicht bringen wir das auch lieber gleich hier zu Ende Hm, eigentlich sind König Kasimir und ich gute Freunde Ihr? Freund des Königs? Oh, das ist zu köstlich Wirklich? Ihr tafelt gewiss regelmäßig mit seiner Familie? Macht ihr vielleicht sogar zusammen Urlaub auf dem Land? Nun, ich werde euch von euch grüßen Es ist eine Schande, dass ihr einen solch tragischen Unfall hattet Wachen! Lebt wohl! Wachen! Ja, ja, du, kümmer dich machen, dass die Lieder hier Oh nein! Das war jetzt komisch Äh, ja, so ein bisschen Saut ein bisschen komisch aus, ne? Knüppel, Knüppel Können wir, können wir hier nicht befreien, okay Reiten wir hier mal mit Boom, Boom, Knock Boom, Knock Gaben hat den Bastard also getötet? Hätte nicht gedacht, dass er das Zeug dazu hat Ändert aber trotzdem nichts daran, dass er uns das ganze Geschäft versaut hat Ich hatte euch gebeten, es ihm auszureden Wie ist die Platte, die Harpyien und die Eier zu verkaufen? Er hat euch benutzt? Ja, das dachte ich mir schon Seine Durchlaucht steckte also auch hinter dieser ganzen Sache mit der Harpyien Bedrohung, oder? Harpyien? Nun, dann war es ja gut, dass ich mich nicht auf Gaben verlassen habe Ein bisschen Profit zu machen Ja, was meint ihr denn? Ich habe mir das hier in ihrem Lager geschnappt Als keiner hingesehen hat Es ist nicht viel, aber ein paar Edelsteine sind besser als gar keine Edelsteine Warum sagt ihr Gaben nicht, dass ihr sie bei der Leiche seiner Durchlaucht gefunden habt? Wir wollen ja nicht, dass er denkt, ich hätte sie gestohlt, oder so Warum gibt ihr eure Beute nicht einfach im Selbst? Nun, ich vertraue euch Außerdem muss ich diese Flatterfrauen freilassen Und sie werden nicht gerade bester Laune sein Ihr habt euch heute schon um genug Angelegenheiten der Dolche gekümmert Überlasst das mir Geht schon, geht schon Ich schließe später zu euch auf Alles klar Gut, sprecht mit Galvin Wo ist der Guder? Da hinten Gut Sprecht mit Galvin Du Sprinter, du Was? Ich weiß, dass ihr alle auf mich gezählt habt Sprechen Naja Schreibt die Dolche noch nicht ab Was meint ihr? Ich habe diesen Beutel Edelsteine bei der Leiche von Fürstil gefunden Machen wir, oder? Schreibt sie noch nicht ab Ich habe diesen Beutel Edelsteine bei der Leiche von Fürstil gefunden Dieser aufgeblasene Arsch hat die mit sich herumgeschleppt? Hm, das passt ins Bild Eigentlich haben wir den Auftrag ja auch erledigt Halt, was rede ich da? Ihr habt euch diese Edelsteine verdient Und jetzt können die Dolche zusammenbleiben Ich dachte, die Dolche wären am Ende Aber es scheint, als ob wir doch eine Zukunft hätten Hier, nehmt dies Für eure Hilfe beim Abschluss dieses Auftrags Betrachtet es als kleines Zeichen unserer Anerkennung Ihr werdet immer einen Platz bei den Dolchen haben, wenn ihr wollt Okay Alles klar, Quest abschließen Euer Inventar ist voll Haha Was muss ich da machen? Ja, was ist ein Inventar? Rausschmeißen Okay Gibt das nicht gut aus mit meiner Eisenrüstung solider Stiefel? Wolle ich dann nochmal mit ihm reden? Ja Ich schätze, wir haben es tat Ich dachte, die Leute Aber die Schuhe kann ich eh nicht gebrauchen Davon mal abgesehen Weil die schlechter sind Echt? Die sind schlechter als deine jetzigen? Ja Huch, da ist ein Reh Hatte einen, äh Unfall Spontane Hirnblutung Schwächeanfall Spontane Hirnblutung Ich rette dich Was denn? Was sagt der Timer? 16 Minuten Okay Sollen wir schon weiter? Ja, meine jetzigen Schuhe haben nämlich Rüstung 51, genauso wie die Und haben halt gewährt Gewährt 18 maximales Leben mehr Echt? Ich hatte Eisenpanzerschuhe des Lebens Gewährt 5 maximales Leben Okay Ich habe aber noch Eisenpanzerschuhe Aber die 5 Ausdauer Kack drauf Ganz ehrlich Ich kann das ja sicher verzaubern Oder? Warte mal Habe ich denn eine Glühfe oder sowas? Warte mal Verschiedenes Wie kannst du die verzaubern da? Warte mal Ahrenschild Da habe ich denn das nicht ausgerüstet Ist doch viel besser als das andere So Du kannst die verzaubern Indem du Im Inventar so eine Glühfe hast Ich glaube ich habe eine Glühfe Wie sehen die aus? Das sind so Heißen die auch Glühfe? Ja, da steht dann Glühfe von bla 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 Okay Das ist wie so ein Emblem Sieht das aus Unbedeutende Glühfe des Schocks Frost Ausdauer Richtig, zum Beispiel Genau Und wenn du dann hingehst Und auf Inventar klickst Und dann auf die Schuhe Rechts klick Verzaubern Und dann kannst du deine Glühfe auswählen Aber du kannst nicht Du kannst nicht jede Glühfe Da drauf auswählen Also zum Beispiel Ich glaube Die von Also die, die die Schaden machen Gehen halt nur auf Waffen Und es gehen aber nicht alle Die irgendwie leben Oder dazu geben Auf jedes Rüstungsteil Achso, okay Urkass Aber ich weiß nicht Woran sich das richtet Das weiß ich noch nicht Krass, scheiße Okay, okay Planschen Ich finde das so cool Dass sie das jetzt gemacht haben Mit diesem Hinterherziehen von den Wellen Was? Nein Oh nee Jetzt habe ich zwei Glühven verbraucht Weil ich dachte, das geht Achso Ja, nee, nee Du kannst noch eine Verzauber Na, fuck, ey Also du kannst jetzt nicht Ein Feuer und Schopfrost Oder sowas machen Ja, das habe ich nämlich gedacht Das wäre aber cool Vielleicht machen wir das ja mal Toll, jetzt hat meine Meine Eigentliche Maximale Acht Lebens Ähm Maximale Ah, fuck Jetzt kann ich auch die anderen nehmen Wo habe ich denn die jetzt Mach die nämlich jetzt mehr Toll Schade Kann ich jetzt auch mein Mein Dings eigentlich verzaubern Was Okay, okay Drei Schockschaden Kälteschaden Was hat es bisher Sechs Kälteschaden Wie kann man das wieder aufladen Wie geht das nochmal Mit dem Seelenstein Kann ich das auch Im Invertirm machen direkt Ähm Du kannst hingehen Aufladen Ihr habt keinen gefühlten Seelenstein Okay, vergiss Naja, ich habe einen Bross ein Ja, wenn du mir einen geben magst Ähm Ich habe gedacht Ah, hier so Was ist denn Zum Handel auf Ich bleibe mal stehen Achso Wo ist denn das Seelenstein Seelenstein Ich will nur einen Ich will nur einen da Ne, ich will nur einen drüber geben Mal Wieso kann ich denn wieder Warte mal, ich benutze einen Und gebe den dann wieder zurück Den anderen Ja, das kannst du auch machen Okay Ah, Inventar Aufladen Aufladen So Okay, dankeschön Bitte, bitte Das interessiert mich fast mal Nach diesem kleinen Exkurs In Sachen Verzauberung Genau Im Strand Ähm Machen wir uns in der nächsten Folge Einfach auf hier zum Zur Würden Gwenn, oder? Würden Gwenn ist wo? Da hinten Ja, genau Da gehen wir jetzt hin Oder sollen wir erstmal die Himmelsscherbe holen Wir müssen eh wahrscheinlich irgendwann Wir müssen eh Wegen der Zuflucht oder so Richtig, richtig Ähm Können wir die ja dann einsammeln Genau, so machen wir das Okay Dann viel Spaß Und In der nächsten Folge Tschüss 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 Vielen Dank.